Ja, was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung. Was ist das für ein Spiel? Eve Offline? Keine Ahnung. Ja, meine Stimme kennt ihr, aber ich darf ihn noch mal vorstellen. Ich bin Panzlerin Ferkel, Kanzlerin Merkel, ne auch nicht. Hier ist der Flatrate. Unglaublich. Und was da, Schmitschi, Mutschki, Grafike. Ja, deine Mutter. Und ja, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich sitze in einem Panzer. Und ich sitze hier nicht allein im Panzer. Ich sitze hier. Wer ist denn noch da? Ja, Moin, Moin zusammen. Hier ist der Joker. Da quatschen sie direkt durcheinander hier, ey. Voll ungeskriptet hier. Also ich fahr auf jeden Fall, ihr kämmt, ne? Oder? Ich fahr auf jeden Fall auf dem Hügel. Mit meinem Flussmofa hier. Ich folge dir. Fahre wir mal auf den Hügel. Okay. Ich hab keine Ahnung, äh, wie... Habt ihr Geld für mich bezahlt, dass ich jetzt hier bei WIOT spiele oder so? Oder mal... Ey, ich hab dir kein Geld bezahlt. Du hast nur Käsesuppie, yes. Echt? Ging's mir so scheiße? Ja, darf ich vorstellen, dass... Ja, ich muss eigentlich sagen, äh, auch wenn das jetzt hier kommt, äh, ich hatte Pflatty zu Gast. Das ist ein netter Zeitgenosse. Der kommt doch gerne mal wieder. Ja, nur halt eben, äh, seitdem ich bei dir gegessen hab, hast du keine Ahren am Kopf. Ist doch egal, der kommt gerne wieder. Ja, was ist das denn für ein Vogel hier vorne drauf? Äh, schade. Kann man nicht sehen. Zwei Fast! Was ist denn Zwei Fast, ey? Too Fast ist unsere geile Spielergemeinschaft. Hört's schwul an. Wir sind nicht... Wir sind nicht immer die Besten, aber wir sind die Lustigsten. Ja, wo ist denn hier, äh, der Los? Der ist am, der ist am Campen, ne? Der Los? Ich glaube schon. Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Reißbüchse hier, ey? Ich denke, man sitzt zum Franzosen, also irgendwie kommt mir das auf jeden Fall so vor. Die ganzen, äh, Chinesen haben ihre Panzer geklaut, ey. Oder gegen Reisei getauscht. Ja, haben sie auch zu einem gewissen Teil. Also, ähm, der größte dieser Chinesenpanzer ist eigentlich ja erstmal ausländisch. Oh. Und der Rest ist kopiert. Oh, jetzt hat man Panzer an den zweiten Gang geschaltet. Jetzt geht's hier ab, hier mit, äh, 26 kmh. Ach, oha. Nee, die haben ja einen Schiha. Ja, unglaublich. Schießen tut aber auch schnell. Ja. Allerdings, vielleicht eine kleine Kritik von meiner Seite aus. Ich hab noch nicht einmal die Briten gespielt, weil schon kommen die Chinesen. Äh, Wargaming, falls das hier irgendeiner mitbekommt. Äh, Jungs, macht mal bitte Matchmaking besser. Jungs, macht mal ein bisschen die Community ein bisschen besser. Das hier, ich weiß auch nicht, ey. Äh, na. Und, kleine Kritik, ihr macht so viele Panzer, es ist schön, aber macht doch mal neue Maps. Das wär vielleicht doch schöner. Wieso dat denn, ey? Oh, da recken Dorf seiner. Doch, viele neue Maps. Das wär doch geil. Und eine Map, die würd ich mir besonders wünschen. So, Normandie, oh, der Flattie brennt. Ach, du heiliger Bim Bam. Ups, hab ich gemerkt. Warte, da bin ich schon platt hier. Haha. Wo ich, wo ich bei der Map grad bin, mach doch mal ne Normandie-Map. Ey, wie viel haben denn da auf mich geschossen? Was haben die da bitte an Damage gemacht? Hallo? Jetzt sind wir, ich bin voll raus aus dem Game. Besonders, ich mach grad Push-to-Talk, ey. Das ist so kotz, kotz, kacke. So, wollen wir dem Los mal zurucken, beim Campen, ne? Junge, ist das Ding schnell. Voll überwältigt hier. Ey, das hört sich an, wie man erstens motorisiert das Fahrrad der NC-31. Könnte auch ein Trabi sein. Oh, guck mal, da kürt einer. Ach, du heiliger Bim Bam. Ja, ich glaube, das verlieren wir ganz knapp. Oh, oh. Äh, wie viel Schaden macht das Ding denn bitte? Ordentlich. Die große Gang. Oh, 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 ordentlich. Der kürt. Scheiße. Komm, Lars, du machst das. Du bist der Beste hier. Ey, wieso sehe ich eigentlich keinen anderen bei mir aus dem Team hier jetzt gerade? Weil dein Funkgerät nicht weit genug ist. Aber die sind auf D2, sind zwei auf E2. Hinter dir. Siehst du eigentlich. Achtung, Lars, da kürt einer. Oh. Boah, ey, was da reingeknallt wird. Jupp. Alter, Fanta. Ja, gehen wir mal, ich weiß nicht, sollen wir mal uns einen Panzer reinsetzen? Das ist doch kein Panzer, ey. Ja, setzen wir uns mal in den Panzer. Ach du meine Güte. Ja, was soll man sagen? Wenn er einen Bock hat, dann will er Word of Tanks nicht spielen. Und, ähm, naja, jetzt, wo er heute mal spielt, ist es schön, dann machen wir das doch mal. Was spielen wir denn jetzt? Warten wir auf den Tank oder holen wir was anderes? Ja, wenn der Joker rauskommt, dann, äh, ja, ich komm raus, ich bin raus. Können wir auch was anderes nehmen. Und was vielleicht auch zum Teil dazu, äh, ja, dazu beigetragen ist halt eben, mein PC ist nicht der beste, aber er wird demnächst aufgerüstet. Ich bin da schon allen, dank dem Joker ist schon mal eine Komponente da, die sehr wichtig für den PC ist. Ich hatte vorher eine Grafikkarte, ich weiß gar nicht, warum die überhaupt einen Lüfter drauf hatte, die war eigentlich mehr, siehst du, größer eine Netzwerkkarte, hat einen Lüfter drauf, aber eigentlich hättest du dort feuchte Toiletten, äh, Papiertücher drauflegen können, damit reich genug als Kühlung, weil viel kann die ja nicht leisten, ja. Ach, Fletty, da brauchst du dich nicht bedanken, das hab ich gerne gemacht. Ja, mein Netzteil, was dann dazu demnächst passt, ist auch schon so fast so ein Auftrag, ähm, ich bin da schon allen Franken am, 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 Netzteil ist auch nicht das große Problem. Ja, fahren wir die Reisschlüssel nochmal, weil ich fand die Map kacke, ich hasse die. Ja, können wir gern machen. Fahren wir doch mal die Reisschlüssel. Da fahr ich, dann drück ich mal Fletty. Aber vielleicht kommt jetzt ab und zu, wenn ich mal Bock hab, so ein W.O.T. Let's Play mit meinem Too-Fast-Clan hier. Ja, Provinz halt, ist doch schon mal, äh, auch total scheiße. Ja. Ey, gut, aber bessere Maps kriegst du halt nicht mit den kleinen Panzern. Ja, stimmt schon. Was willst du machen? Äh, nimm mir die Taktik von, Taktik, Taktik von Sebi hier rechts rum direkt hier und vorne ranschlürfen. Um? Hä? So, fahr mal vor, ich fahr hinterher. Ja, super. Du bist doch vorne, du bist doch vor mir, du. Los, verrat. Also da runter, ja, quasi. Ja, ja, dahin so. Auf C2, C3 dahin. C2 würdest du nicht schaffen, aber C3 an die Ecke. Alles klar. Also da, wo ich sonst auch immer hinfahre. Ach, ich liebe, dass wir Leute direkt losfahren, ne. Oh, jetzt kommt richtig Schwung in die Bude hier. Ab 30. 31. 31. Ja, 32. Ja, hast ne Drossel drin, ey. Scheiße, ich hab mal. Ich hab nur ne 25er-Führerscheine. Ja, aber ein 50 Kubik-Motor drin. Ja, hört sich an wie ne alte Kreidler hier, muss ich ehrlich sagen. Das ist nur mehr so ne Schau, ey. Na, 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 na. Ja, Joker, du mein kleiner Vieze-Kommandant. Suchen wir denn noch Member? Und was suchen wir denn für Member? Ja, natürlich. Wir suchen nette Leute über 18, die echt Bock haben, mal mit uns zu zocken. Über 18 Jahre oder geht's noch ein Zentimeter? Nee, über 18 Jahre auf jeden Fall. Also nicht Zentimeter. Nein, die Ausnahmen bei uns sind echt ausgeschöpft, was das Alter angeht. Und wirklich über 18 und wer Spaß hat, mal mit uns zu spielen, einfach melden. Wir machen das schon. Da kann man auf den einen da schießen. Wir sind noch zwei grad hochgelaufen. Ja, Schaden, boah, der macht 40 Schaden, das ist echt assi. Ja, vom Schaden her ist er recht gut, so. Hauptsache, uns rechts hier haut uns keiner weg. Wir haben aber komplett ja die Map geändert hier an der Stelle. Ja, aber komplett. Wir achten mal rechts drauf, dass da nichts kommt. Kannst du schon mal was zeigen? Ja, so langsam. Da kommt was, mit T1. Jo, da könnte was. Ja, ein Wirkungsgefahr, mal wieder null Schaden. Der ist getrackt. Was mehr ist der denn für eine Driss? Ja, Joker, was ist denn da bei dir im Hintergrund los? Wer ist denn da am Terror machen? Da hat es mal ein kleiner Sohn, der Niklas. Übrigens ein großer Flatrate-Fan. Ach, du Scheiße. Grüßt ihr mal. Aber du kennst ihn ja schon persönlich, Flatrate. Ach so, stimmt. Ich vergaß. Wir verlieren das hier schon wieder. Was hast du denn hier? So sechs, was machen die Leute denn? Was sind denn die Knallköppe jetzt? Hier geradeaus ist einer, den kann man treffen. Oder auch nicht. Ja, ich seh ne gerade nicht. Moment. Hey. Rechts von uns. Ja, vielleicht kommen wir, dass wir noch umreißen, wenn die so blöd sind. Mal schauen. Guckst du da hoch? Ich guck nach vorne. Der kriegt aber die Kanone, glaube ich, hoch. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich gut hoch. Ich hab mir jetzt das eine sagt, die er kann. Vorne. Zwei Stück. Oh. Oh. Weg, 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 weg. Oh, scheiße. Was kommt denn? Was kommt denn da? Lol Traktor. Echtischer Lol Traktor. Ja. Der Flätty haut sie alle weg gerade. Ich schau hier gar nichts weg. Rechts kommt, rechts kommt. 4-1 kommt. Wow. Sauber. Das Joker ist, äh. Verdammt. Boah, los. Das war aber ein böses Ding. Ja. Ah, Manu. Ja, schade. Was haben wir denn hier für Loser-Runden hier? Unglaublich. Die Pistole ist aber, äh, beziehungsweise die Gun ist ziemlich ungenau, ne, oder? Ja, es geht so. Ja, du hast so einen kleinen Stöpsel da drin, ne? Aber wir waren fast wieder mal die Besten, ne? Und der Rest hat voll abgekackt, ey. Oh, da haben wir hier viele Leute nur vier Punkte. In Flensburg. Ja, die waren ganz episch hier. Komm, alle guten Dinge sind drei, jetzt gewinnen wir. So, jetzt kann ich das Ding ja nicht auch mal voll ausbauen hier. Bei mir ist schon ausgebaut hier. Ich, ich, äh, denkst, ich geh Stock in sowas rein. Denk ich am Arsch. Der kriegst vielleicht Stock im Arsch. Das ist Niklas. Das ist Niklas. Schüsseln und nüsseln in the fizzlen. Ja, pf, 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 pf. Oh, Mann. So, versuchen wir es noch und. Leute, ich habe Brille am Konto, ey. Der ist immer der kleine Junge. Ne? Oh. Pimmelsdorf. Oha. Das könnte doch jetzt mal was geben hier. Schön. It's a long way to Tipperary. Ach, ich liebe meine Musikmod. Okay. Ja, Flatti, ich habe es ein bisschen ausgebaut. Und jetzt kommt It's a long way to Tipperary. Wo fahren wir denn hin? Äh, rauf. Am Opterhöhel. Schön. Venus-Hügel oder was? Da luchen wir mal. Da, da wollen wir mal Lure. Sollen nach links die Leute fahren. Ja, die Chinesen. Gott, wenn nach links oder rechts, äh, tippst mal so. Gut. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.